Hallo und herzlich willkommen zu Lecker Schmecker Mutzenbäcker. Heute zeige ich euch, wie man eine wunderbare Herbstlige Mönue zusammenstellt. Als erstes gibt es feine Kürbissuppe. Dann gibt es Kürbisauflauf mit einem feinen Kürbisablauf. Und dann gibt es Kürbisravioli mit Kürbisrisotto. So fein! Danach machen wir Kürbispizza und als Dessert eine Kürbiskuche mit feiner Kürbisfüllung und einer tollen Kürbisgelatine oben drauf. Soll mal jemand sagen, es gibt nicht genug Kürbisrezept? Was hat noch nie jemand gesagt? Kürbis! 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 Egal wo du momentan bist, es gibt Kürbis. Ja weisst, für mich als Veganer ist das Multitalent Gemüse einfach eine super erfrischende Abwechslung im Herbst. Falsch! Fake News! Kürbis ist kein Gemüse, sondern botanisch gesehen eine Beere. Lustigerweise ist Ardbeere wiederum keine Beere, sondern eine Nuss. Gern geschehen. Trotzdem, früher hat Kürbis keine Sau interessiert. Erst seit es das Halloween-Maskottchen ist, hat es diesen Transfer gemacht von Rinderfood zu Kinderfood. Ah, diese lustigen Kürbis-Dekorationen! So herzig! Für die einen sind es Zierkürbis, für mich sind es eher Zornkürbis. Das ist ein klassischer Fall von Food Waste. Weil mit Essware spielt man ja nicht. Ausser mit Kürbis. Dort ist es anscheinend kein Problem, das Fruchtfleisch wegzuschmeissen und die Kerze reinzustellen, damit die fette Dinger im Dunkeln schön leuchten. Apropos fett. Dann gibt es auch noch Kürbis-Wagen. Das sieht ja aus wie die Pool-Area bei einem Seniorenhotel. Auch eine traumhafte Verschwendung Kürbis-Witwurf. Da gibt es einen Durchgang Pflicht und einen Durchgang Kürbis. Zum Glück immer noch keine olympische Disziplin. Oder sind mit dem die Bauern gemeint, die für ihre Überproduktion sitzen bleiben und einem dann die Kürbis nachwerfen? Jetzt mal im Ernst! Warum muss immer alles in das Extrem fallen? Wieso nicht einmal für einen Herbst weniger Kürbis produzieren, als wir Menschen essen können? Und wenn wir schon beim Thema sind... Bitte, bitte, bitte! Hört auf mit dieser Kürbis-Lasagne!